und schau mal ob hier nicht vielleicht irgendwo was ist ich brauche unbedingt eine Schlüsselkarte so da bin ich wieder die Schlüsselkarte habe ich gefunden jetzt kann ich ja mal noch mal speichern bitte warten hier speichern mit der neuen Schlüsselkarte bevor mir dann irgendwelches Monster da rauskommt und ich bin dann so er speichert wie man an der Kassette sieht zum moderner spiel es auch ist aber die machen immer noch über die Kassette so bin lieber vorsichtig hier da hinten geht es weiter hier ist auch noch was Ausweiskarte genau alles mitnehmen was nicht hieb und nagel fest ist so so oh Gott der Flugschreiber da wurde gelöscht was ist denn jetzt los ich muss auf jeden fall irgendwas drücken ich weiß mal nicht was ich mache aber ich muss was drücken so es leuchtet nicht mehr zum drücken aufheiziell bereit Gerät unzureichend jetzt komme ich hier nicht mehr raus was machen die jetzt mit mir was muss ich jetzt machen ist die Frage ich habe ja hier was ich machen könnte ist natürlich mal neu laden vielleicht habe ich eine falsche Reihenfolge gemacht kann ja auch sein dass ich nach einer falschen Reihenfolge gehandelt habe ich werde jetzt einmal mal neu laden hier ähm spiel laden genau aktuellen Spielstand laden Warnung ja es geht was verloren bla 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 ich weiß gut ab geht's zweiter Versuch diesmal werde ich diesen Raum als letztes nutzen immer wie wir wussten hier ist nichts besonderes hier war auch nichts besonderes aber hier war Munition und Schrott vor allem mal da war Munition hier Ladenspack Taschenlampenbatterien oh Gott so kann ich hier irgendwas machen Netz sieht da nicht aus da hat sich auf jeden Fall nicht erschossen da wurde naja bei dem Motto irgendwas mehr gemacht das ist Schrott das ist voll Gerät unzureichend ich brauche auf jeden Fall eine Datenzelle so ich habe auf jeden Fall schon mal mehr gefunden als vor allem da steht sie mal fest jetzt bin ich hier lass mich raten wenn ich jetzt hier rausgehe ach du bist das mit den komischen Geräuschen dann gehe ich erstmal mal auf Spiel speichern sicher ist sicher manchmal bei Zapnautica da hat mich auch an jeder Ecke der Tod begrüßt so ich habe alles eingesammelt was eingesammelt werden sollte und hier ist das jetzt mit diesen komischen ähm wie heißt das wie heißen wir so ja ich soll eine Datenzelle finden oh Gott der Flugschreiber was 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 verdammt okay konzentrier dich unbefugten Zugang registriert sicherheitsabregelung eingeleitet sicherheitskontrolle wird ausgeführt okay jetzt mache ich mal durch ich kann ja mal gucken da sind mehrere Felder drinne im Serverbereich vielleicht finde ich ja das was ich will vielleicht finde ich ja das was ich will so weil diese Sirene aber auch ich mal bei mir den Ton ist ja gut bevor ich jetzt ja auch Knöpfe drücke gucke ich mal ob ich das hier so finde ob bei mir irgendwas ansteigend geht also ich drücke jetzt mal hier drauf hier ist nichts mal gucken wie ab hier was ist ne hier ist auch nichts ne da ist auch nichts mal gucken ich denke mal es wird die letzte Reihe sein wo irgendwas sein sollte so datenzelle ist doch super super okay funktionierende Zugangsgenerator okay hacken sie den Aufzug zu Dingsterbunster da soll ich nicht rauskommen ist alles okay ähm E na mal schauen was das klappt na mal gucken inkorrekter Code ich muss ja selber so was mit mir ok gut ich mach mal bei mir wieder den Ton etwas leiser ähm muss ich jetzt mal abwarten hier muss ich jetzt mal abwarten hier ok gut dann werde ich jetzt mal hier im Zeitdruck arbeiten ähm mehr wo war denn was jetzt hier ach ok dann bringt das auch nichts mehr wenn ich jetzt hier weitermache so gut dann muss ich das mal ein bisschen jetzt muss ich mich mal ein bisschen ausprobieren ähm das könnte es sein ok dann ähm das nächste was quasi so startet und dann ähm ach das geht mir auch viel zu lange hier so da bin ich wieder Code akzeptiert ja ich hab das mal offline jetzt mal 5 Versuche probiert und ähm das Geräusch ist immer noch da ähm und das hat ja nach mehreren Versuchen dann ja doch geklappt so dann gibt es hier Sicherheit oh jetzt geht jetzt hab ich ja nur noch solche bescheuerten Türen oder oh Mensch